ARD Text im Auftrag von Funk Meine Hände schwitzen jetzt wieder, weil ich weiß, es geht um was. Geht um was? Es geht um Ananas. Porca was? Gehen wir hin? Atlas, Atlas. Atlas, ja. Aber los. Ohne MG haben wir gesagt. Ohne MG, um Schnellstrecken. Wenn es mir zu blöd wird, dann kommt leider meine MG rein. Ja, dann kommt meine auch. Dann kommt meine auch. Dann kommt meine auch. Kann ich einfach nur B gucken hier? Ohne MG fertig. Oben blaue Dach. Aim mich ab. Der Pusche. Der Pusche. Pass auf, die jetzt sind wieder hinterlaufen, Junge. Immer noch auf blaue Dach. Ich chill, ich geh gar nicht vor. Dach hab ich. Der hat Sniper. Ja, der hat Sniper. Ja, sie ist aus der Mitte raus. Und ein Puh, und ein Puh. Hab ich, hab ich. Der andere hat die Puh, ist auch gut. Ah, ne. Sehr gut. Mir nicht so Angst. Ich hab ja vergessen, anzusagen, dass ich nicht gemütze bin. Hey, Puh, safe. Heimat Puh, ha. Dann haben wir. Schön an sich. Oh. Guck, gern. Seid's. Probier das, Mann. Glaubt's. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ey, Jungs, pass auf Nades da unten auf. Teuer. Warne ich ein Profi-System, oder? Ja, ich hab ein Profi-System. Das Ziel zerstören. Lockt mich an. Mittelfall. Mit Marker, und? Mit Mitte am Baum bei denen. Einer war Mitte bei denen, ne? Hier ist einer. Bei mir. Das war der Hintergrund. Der Hintergrund. Ich zieh die andere Seite. Ja, ist er nicht. Erster, erster, erster. Einer. Leger. Oh mein Gott. Einer ist nach Puhl. Er ist nach unten. Puhl. Einer ist nach Puhl. Einer ist nach Puhl. Einer ist nach Puhl. Leo, du musst Bombe haben. Einer ist nach Puhl. Einer ist nach Puhl. Einer ist nach Puhl. Sehr gut, Leo. Hast du gesehen, Hazi? Ich bin zweimal gejoked, Mann. Krieg dich. Wieso bist du doch mit drauf? Geh weg. Hast du gesehen, Hazi? Ich bin nervös. Geil, wa? Ich dachte, das war richtig wüchelig, Mann. Dass wir verteidigen, wo eure Angreifflöcher sind. Sehr gut gemacht, Leon. Alle. Einfach zu. Ich hab ihn angeschossen. Leon, Leon, hab ich gesagt. Meins Leon, Diga. Ich hab da gehört. Suchen und zerstören. Leon, okay. Ja. Das Ziel verteidigen. Bleibt mir hin. Nein, ich bin dumm. Beide. Noch einer. Mann, Alter. Der hat sich verarscht. Der ist runtergefallen. Die müssen ja auch Bombe haben. Ich hab meinen Cache. Ich hab meinen Cache. Der ist auf die. Two piece. Alle. Zwei noch, Diga. Zwei noch. Robin. Einer noch, Diga. Zill, zill, zill. Der ist mit uns. Der ist mit uns. Der ist mit uns. Der ist mit uns. Der war da drin. Der war links. Los. Dill. Oh, Neo. You are the f******. Feige. Boah, Junge. Bist du ein biestiger. Neo, Alter. Richtiger Eube. Mach mal einmal. Jetzt, du musst einmal rebe machen. Nein. Du musst einmal. Machen wir jetzt. Ne. Hallo. Da ist Neo. Sehr gut. Wie lange im Sport. Hallo. Ich bin immer besser, wenn ich swim. Ich merk das irgendwie. Boot. Neo wird gebootet. Er bleibt am Spawn stehen. Pass auf. Das Ziel zerstören. Neo bist du da? Einer ist links hinter. Komm. Hallo. Ja. Hä? Was war denn? Mein Headset hat sich stumm gestellt. War gar nichts mehr stumm bei mir. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Nade. Schöne mal. Ich habe Nade. Hinter mir. Oh mein Gott. Hinter euch. Hinter euch. Ja. Zwei Stück. Ich habe noch einen in der Mitte reingelaufen. One shot. Dialog. Ich bin raus. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Nein. Schwarz. Die Wunder wurde platziert. Voll. So? Ja gut. Ja. Ja. Eine Sekunde. Früher. Ich wusste, dass er besser auf diesen. Anders. Schade. Ich hätte ihn gehört irgendwo. Alter. Da schnappt er so ein Headset wie so ein fettes Wal raus. Wir haben die Bombe in mir. Wir haben den Köln. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ich hätte die Runde laufen sollen über Pool. Ich hätte mal auf unser Top gehen können. Ja. Fuck. Wie ist er hinter mir auf einen gekommen? Ja. Keine Ahnung. Ich habe auch Pool. Du schnaufst die ganze Zeit Leo. Ja. Das macht das weg gleich. Zwei Mitte. Zwei Mitte. Und tot. Jalla. Alle pushen dich. Ja man. Da müssen jetzt zwei in die Mitte oder so. Einer A unten noch. Mit Bombe. Einer ist Lobby, Lobby, Lobby. Ich muss ihn holen, Digga. Ja man. Zwei gegen zwei jetzt. Stopp. Hier unten. Da dritte war auch einer. Neo. War der da, ne? Wo ist er? Sauna. Hat er nicht gesehen? Ach der hat Bombe gerufen. Jetzt hängt alles von dir. Unter dir. Ja. Und links ist andere. Ja. Komm. Ich kletter. Ich kletter. Ich kletter. Oh mein Gott. Ich immer kletter. Wieso ist das im Boosten so? Kletter hoch du Hurenboot. Kommt ihr. Sie dürfen jetzt nicht mehr Runden abgeben. Wieso klettert der Spast immer hoch? Also wir gehen Mitte nicht immer gleich in Boosten. Ich werde manchmal sehen. Ich fang gar nicht mehr da rein, Digga. Die pushen mich zu dritt. Jedes Mal einer von ganz rechts. Einer von, zwei von Mitte da. Fuck. Wir suchen und zerstören. Wir haben Probleme da. Mauer noch. Das Ziel zerstören. Steht. Da ich kenne. Da ich die Bombe erst. Ich habe den. Wunschot. Wunschot. Schöne ihn zurück. Flank es auf. Ich guck aus. Flank ihm los. Versuch hinter dich zu haben. Ich versuch's. Ja. Einer kommt. Einer kommt. Noch eine Bombe, einer. Ab dir. Ja, der kommt. Pool, Pool. Er ist nicht gut da. bereit machen für die nächste runde war ich wirklich dass du den gold hast stark ging es kaum weiter ich meine den ersten ich gehe nicht mehr rein oder ich weiß nicht was ich mache das ziel verteidigen ich weiß nicht einen habe ich Wettbego! 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 Ganz drüchte Puls! Bitte! Oh Mann! Von drei Seiten wieder! Okay! Einer da noch! Einer noch! Oh Mann! Der ist vor dir! Direkt vor dir! In dem Gang war der drin! Ich dachte wir zwei gegen eins! Hab ich verkackt ey! Wir sind schon zwei Seiten Puls! Der ist so hässlich dabei! Oh ne Mann! War mein Fail! Ich schieß dann los! Waffe vor ihm! Ich bin zwei Meter vor ihm! Die beste Hüfte im Spiel! Da ist... MP aber nicht dieser Scheiße! MP trifft... Ja ein bisschen weiter. Wir gehen oder weiter? Ja weiter weiter! Das Ziel zerstören! Da ist noch mal ein paar Personen zu sehen! Oh Gott. Ich bin sicher! Ich lege euch! Unto bei denen! Da ist noch ein paar! O bei denen! Oh nein! No! Nix! Oh mein Gott! Nein! Oh mein, one shot, one shot, beide da! Ey, Alter! So verwehrt man, ich wusste nicht wo, wer ist Gott! Es sind beide, es sind beide da! Geh weg, geh weg! Oh, komm! Nice! Hast du, chill! Hast du, hast du, hast du! Guck, guck, guck! Nein, Leo, Mann, stark! Verpfiffst du einfach, der Wurz! Der verpfiffst mich! Der hat schon geschluckt bei mir, ne, der eine? Ich war auf Kopf drauf! Ich finde jetzt ein Warrior, dass ich den Scheiß-Horst bei Juni gebrochen habe, dass der nicht so gut ist! Seitenwechsel! Komm, Jungs, jetzt ein Punkt noch, Mann! Suchen und zerstören! Jetzt erlaubt du mal bei B oder so, keine Ahnung! Ja, komm, ich komm mit B! Nee, 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 er ist in die Pool, er ist in die Pool! Das Ziel verteidigen! Stark! Geht mal von der Zweite los! Er fängt mich los! Schnitte, Mann! Ey! Beide Mitte, beide Mitte! Vorne A, vorne A! Vorne A, vorne A! Ah, er ist hinter Bombe! Er pusht fort zu unserem Spawn! Ja, Mann! Ey, ich hab dieses Geurie, Junge! Ich geb down-Hit-Mars einfach! Jedes Mal, ich fall überall runter wie Godzillas Vater, Dicker! Oh mein Gott, ey! Fucking Godzillas Vater! Guck mal, ich komm da nicht rauf! Ich komm da nicht rauf! Ich komm da nicht rauf! Ja, dort rauf! Irgendwer! Wie die Tupi sind? Nee, komm! Ich hab Tupis da oben gemacht! Ich geh einfach nebeneinander, Dicker! Guck mal, beide da oben! Sollen wir die Sniper stärker patchen oder so'n Chrom auf der Reimstepper, ey! Ah! Warte, damit die mal rumfallen, dann mit den Dingen! Wir kommen mit der Hör! Wir kommen mit der Hör! Wir waren beide...Einer war richtig One-Shot von denen, Leo! Hä? Den einen hab ich so schnell gedroppt! Keine Ahnung, was da los war! Ja, ich hab den... Aber One-Shot geschossen, dass er überhaupt bei mir nicht gestorben ist! Aber gut, dass wir deren Hostile gewonnen haben! Oh Mann, auf T-Race! Welcher mein Best? Oh, ja, Mann! Wir haben T-Race gewonnen, Alter! Welcher Map hier ist? Riot? Riot, ja! Riot ist auch nicht gut, ja! Mach' mal, mach' mal! Sag' mal, mach' mal! Sag' mal, mach' mal! Sag' mal, mach' mal! Was hab' ich gesagt, der Hasi? Sag' mich! Diese Map ist gut! Warte mal! Warte mal! Ich glaub' ich hab' Ich glaub' ich weiß mein Fail! Ich hatte nie Tot...Dicker! Ich hatte nie... Ich hoffe, sie sind immer dabei, sondern immer Totenstille! Oh mein Gott! Herr im Himmel, no! Deswegen kommen auch diese Nades immer an! Wie ko COVID LeA守cht Mh, sind two efficient. Gucken wir uns über den... Ja, im First Track Jungs! Hört ihr das? Gargend doch mal! Wir geh mal so auf denkorb gehen, ich' glaube! Wir kannst uns immer so... ...timing damit einfach raus nur durch... ...fach mal an! Gut gemacht Lea, weiter rausgezogen. Erstmal ehrlich, mein TS leise. Das hat er jetzt schon vor Jahren machen müssen. Mein TS hängt voll, Alter, ich schwöre. Ich habe Lexi mit meinem TS. Warte mal, starte mal nicht. Ich würde den TS kurz mal starten. Stark, Jungs, weiter so, Mann. User disconnected from your channel. Starte. Kleinen Moment, Kleinen Moment bitte. Ich muss noch eine Klasse machen. Ich weiß doch, mein Kleiner. Komm, wir machen das, Alter. Hat Leo seine neuen Socken. Ja, Mann endlich. Ich muss ihn niemals im Leben sehen, dafür sorge ich. Okay, ganz schade von mir aus. Hat ein Knöbel, bis ein new TS ist. Wo? Ich war erst mit Tweet das jetzt. Ich hab ihn nicht gesehen, schwöre. Ah ne, ist er schon drinne. So, TS reinkommen. Das war's für heute. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d KG ist an T oder Posi? Hast du da irgendwas reingeschickt grad? Der Raser Der ist? Der Raser Was ist das? Ja ist okay Kennst du die Seite Schenkscheiße Juh? Nein Ich hab grad nie geguckt aber ich schätze mal einfach Oje Ich sitz im IW schon Oh Dings hat nur 2-1 gewonnen ne? Ja Terminals und so Keine Ahnung ich kenn die gar nicht Die haben 2-1 gespielt Ich glaub die fliegen jetzt raus gegen diese Typen da Ich hoffe Digger Eine Map noch win Jungs kommt Okay Halleluja Uhhh Halleluja Uhhh Wieder den hier bisschen Jetzt wird's so schwer auf dieser scheiß Posi Ich hör euch da bisschen Von Feier aus Sag euch wenn einer pusht Ich kann euch sagen ob einer Top 1 pusht oder Ich muss immer da Du weißt doch immer bisschen Bei euch gucken und dann muss ich direkt in die Mitte wieder gucken Nicht dass mich einer von der Mitte pusht Ja Außer ihr sagt einer pusht jetzt bei euch A da unten raus Dann guck ich nicht Hm? Mach ich nur mit der Jo Du hast immer nur Später wieder runter genommen Ladeo? Lade die ganze Zeit Jetzt schon? Ja ja Ich wusste nicht dass es lädt ne Auf einmal er meinte das lädt Also Chris meinte mir dass es trotzdem lädt Wenn ich ausmache Ich hab grad äh 16 GB von 44 Obwohl ich die ganze Zeit spiele Würde ich ausmachen dann würde bestimmt schon fertig sein Nein lass einfach Ja ich lass sie auf Einwandfrei Wie läuft eigentlich Tony da? Das ist 3 und 3 Ob er halt da final ist oder so Ne auch die Picker Ne auch die Picker Ne auch die Picker Ne auch die Picker ... ... ... ... ich kann er muss da backup machen aber eine ihr müsst mal eine muss man mitkommen noch weil eine muss ja auch ein bisschen mich schütten da oben ich bin doch da mit ziemlich viel slapper ja letztes mal saß so als ob du das ziel zerstören da sprengt einer noch da sprengt er irgendwo ist da einer das springt der ganze zeit die bombe wurde platziert scheiße nur one shot top einer da habt ihr da habt ihr sehr gut wichtig handgriff ist nicht schwer hier eigentlich der verteidigen ist auch richtig schwer ich bin nicht bei mir am legen seitenwechsel suchen und zerstören das ziel verteidigen nein oh mein gott meine nade alter ich bin runtergefallen kein sv gepusht top x den hab ich noch einer da ist noch einer feiert nein echt feiert top hast du viel mit name nein hab den ah unten und mitte geht wieder hoch kleiner den schon nicht ah one shot da geht kleiner raum ist ja gelaufen lasst du da hingucken man ein feier hat viel verhalten er ist gesprungen spring nicht spring nicht die bombe wurde platziert rechts was denn das ist gar gar sehen richtig gut nur er sehen kritikiert oder lag ohne scheiße mhm der lag bei mir auch unnummer lag richtig schnell rum bei mir ist er aufgeleckt aber auch egal ich will denk findest du wie stelis konnten früher wenn er immer lag ja wird immer lag bei den gegnern aber bei ihm macht er da voll move und so sehr gut bereit machen für die nächste schlacht hätte ich AR da geholt jungs kommt noch viel unter challenge einfach egal egal wir haben wir haben wir haben wir haben und zerstören ich hätte jetzt pushen müssen nein das ziel zerstören einer ist top bei denen einer ist top bei denen einer ist top bei denen ein einer ist die 6 ne du planst gleich wenn ich sage einer ist bei dem bei A oben im Haus der flankt schon der flankt schon ganz hinten ganz hinten was macht der die ganze zeit da ich schickt das nicht die Rommel wurde platziert der ist ganz links der kommt da der kommt da der kommt da ich habe doch gesagt ganz hinten ganz hinten ich habe doch gesagt ganz hinten ich habe doch gesagt ganz hinten suchen und zerstören suchen und zerstören da ganz hinten ganz hinten ich habe das ziel verteidigen das ziel verteidigen der ist green ey der gibt mir einen One-Bus der ist das Elite komm mir wieder auf ja boom bei den top 3 die Bombe wurde platziert die Bombe wurde platziert die Ecke von Fire da da kommt drei noch wat Nein noch einer in Decker Alter wir haben den Kampf verloren aber noch ist das nicht vorbei oi 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 komm komm wir machen das noch wir machen das noch er ist ein wechsel wieder fastblend suchen und zerstören ja komm wir machen das ziel zerstören einer fängt von denen auf jeden Fall einer nach oben bei denen einer war Feuer pass auf einer oben Top bei denen hab ich Top über mir Top noch einer Top bei denen springt runter auf A unten A er ist reingerannt ganz rechts im spawnen born ja bei Bomben keine Ahnung ja kein Ding hat's ja das hab ich jetzt gesehen ne ne suchen und zerstören ok dann brauch ich nichts machen das Ziel verteidigen du sollst dich verfeuern sag ich ja kommt mit feier hä wie ist er einer ich hab die kleiner Raum kleiner Raum einer sag mal der war der war der der war der war der letzter B Bombe ist da weil du den letzten getötet hast warte mal lass mich geh du mal A ich hab B und ein kleiner Raum oder so glaube ich unter die Seilen Neo da oben oben Dings ja Bombe ist äh in der Mitte da ja da wo du meinst der spawnsch auf Neo da wo du meinst der spawnsch auf Neo der war der der war der da war der gehen gehen ggg boot hoch breite der da saugen richtig richtige Runde man kommt jetzt jetzt nicht wieder zwei Runden abgeben wie davor ja lass 5 2 machen lass B komm lass B Bombe entschärft 5 2 machen da haben sie eh gar keinen Bock mehr zerstören bereit machen für die nächste Runde wollt ihr B gehen? ich geh hinten Garage snipen einer muss links in den Raum pushen einer muss die Bombe vorpushen und einer macht ein bisschen Backups bei A bitte ja soll ich Mitte? also B ich mach Backup bei A ich mach Backup bei A ich mach Backup bei A einer muss Bombe holen das Ziel zerstören B um 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 oben auf den Top oben auf den Top ja zickst noch einer hinten im Spawn pfff Guck bei den, der ist zu high gegangen. Erzin, Erzin, er ist zu high gegangen Erzin ne. Krap, neuner, eine Top 3 wieder. Erzin komm mal von hinten, du musst irgendwie da flanken oder so. Schön, chillt noch. Ich flanke, ich flanke, ich flanke, ich flanke, ich flanke, ich flanke, ich flanke. Der ist Top, oh mein Gott, Top ID noch. Beide, beide, beide. Einer noch, einer muss, Bombe, 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 Bombe. Flanke, Flanke, Flanke. Rechte Ecke, rechte Ecke. Moment, 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 geht durch, geht durch. Im Haus, im Haus, im Haus. In der Ecke, in der Ecke. Oh, clean. Ja, Mann. Hätte er sich in der Ecke da versteckt, wäre er noch schwer für dich geworden. Richtig dumm, dass er da gepusht ist. Ich bin jetzt einfach gerade draußen, weil ich mich still macht, das ist spannend, Junge. Halleluja. Seitenwechsel. Halleluja. Oh Mann, ey. Hier macht mir aber Angst, Phil macht mir richtig Angst. Suchen und zerstören. Ich mache dir Angst, Junge. Ich kämpfe da wie ein Tiescher. Ey, ich pushe meinen Mitte jetzt durch, ja. Das Ziel verteidigen! Oh, greener einer, und oben bei der Top. Das ist ein greener, oder? Das ist ein greener, oder? Ja, das ist, ja. Ja, unten greener, noch einer. Hinten, pushe den von hinten. Den habt ihr, den habt ihr, den habt ihr. Du bist auf mir drauf, Junge. Letzter war oben Top bei denen. Du bist auf mir drauf. Du Huren. Wie weiß ich das? Woher? Woher weiß ich das? Wegen Neos Callout. Oben Top. Ne, ne, ne. Mein Freund. Bars, Jungs, ne? Du Huren. Du Huren. Du Huren. Du Huren. Adios, Amigos. Wer war das gerade? Wer war das? Wir haben nicht... Top, das war wir aus dem Lebo. Töpik. Töpik. 6-3 und 6-2 Decker. Tag, Jungs. U1-0. GG. Brrrt. 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 Brrrt.